Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Grüß Gott! Haben Sie einen Alkohol drungen? Nein, nichts. Gar nicht. Keinen Schluck. Nicht? Was ist denn das da? Was ist denn da in der Flasche drin? Was ist denn da drin? Was ist denn da? Was ist denn das? Was ist denn das? Ein Wassergewälder, weil das auch ein Wasser ist, oder? Ich sag einmal, ein Wasser. Das ist ein Wein, das ist ein Rotwein. Ein astreiner Rotwein ist das. Ja, Weltklasse, der ist eine Weltklasse, der Wein. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Hat er's schon wieder getan. Hat er's schon wieder getan, der Jesus. Hat er's schon wieder gemacht. Das gibt's ja nicht. Nee wel besser. Äh. Der ist hier erste. Untertitelung des ZDF, 2020